Ja, Grüße von der Mindshift 1. Auf meine Kollegen und mich nicht, trinke ich kein Alkohol, aber auf meine Kollegen ist Verlass. Die Crew hat hier die doppelte Menge Desperados an Bord geschafft, wie sonst, was nach der Hälfte der Zeit alle war. Also man merkt, wir funktionieren, auf die Kollegen ist Verlass. Das ist aber nicht der Grund, was ich sagen wollte. Ich gebe gerne zu, wenn ich Kunde wäre, würde ich im ersten Moment auch denken, ich hätte gerne einen Makler. Der Makler ist wahrscheinlich der bessere Berater für mich, weil, warum? Naja, der kann mir ja alle Tarife anbieten. Aber spätestens, wenn ich das im zweiten Schritt weiter durchdenke, dann muss ich doch auf folgende Idee kommen. Es gibt ungefähr, wir nehmen das Beispiel Hausratversicherung. Es gibt ungefähr 250 Gesellschaften in Deutschland, die Hausratversicherung anbieten. Und jede mindestens zwei Tarife, also weil ein Basistarif und ein Optimaltarif oder wie auch immer ein Exklusivtarif und das sind ungefähr 500 Tarife. Und wenn ich jetzt überlege, wenn man so lange in der Branche ist wie ich, knappe 20 Jahre, dann weiß man, ungefähr alle zwei Jahre bringen die einen neuen Tarif raus. Ein bisschen was kommt dazu, manchmal wird auch was Altes weggenommen. Irgendwie so ist das immer. Das heißt also, ich müsste allein im Bereich oder ein Makler müsste allein im Bereich der Hausratversicherung 5000 Tarife ungefähr kennen. Der muss die ja wirklich kennen. Es nützt auch kein Vergleichsprogramm was, weil ich muss ja auch meine Kunden kennen. Denn der eine hat eine Terrasse mit exklusiven Möbeln, der nächste sagt, ich habe nicht immer eine Terrasse. Der nächste hat wieder ein teures Fahrrad und der nächste ist in der Elementarklasse, ist ja in der guten Zone, was Überschwemmungen betrifft. Und der andere ist wieder in der schlechten Zone. Also ich müsste das hier alles im Kopf haben. Also nur im Bereich Hausrat 5000 Tarife. Und es gibt ja nicht nur Hausrat, es gibt Haftpflicht, Unfallglas, Reise, Kfz-Wohngebäude. Und ach, schieß mich tot. Das würde ja bedeuten, dass man so 30, 40, 50.000 Tarife im Kopf haben muss. Und ich glaube, da merkt man bei näherer Betrachtung, dass das nicht wirklich möglich ist. Das klingt natürlich gut. Das ist so, wie wenn du in der Disco bist und bei so einem schummrigen Licht, da sieht eine ganz gut aus. Aber wenn die dann ins Helle tritt, sieht sie manchmal nicht mehr so gut aus. So ungefähr ist das. Ihr kennt mich, ich habe nichts gegen den Makler. Ich finde nur, klar, bin natürlich gebundener Vermittler und finde das gar nicht viel schlechter oder gar nicht schlechter als so ein Makler. Weil der Vorteil natürlich von einem gebundenen Vermittler ist, dass wir uns auskennen. Wir kennen unsere Tarife. Und ich glaube, wenn man diesen Gedanken macht, dass jemand sagt, ich habe hier 50.000 Tarife oder 30.000 oder 20.000, das ist völlig egal. Das kann gar niemand alles im Kopf haben. Und dann besteht ein weiteres Risiko, nämlich, dass ich irgendwann mal was nicht mitversichert habe. Weil natürlich ist das der Anspruch des Maklers zu sagen, ich habe immer für dich den optimalsten Tarif rausgesucht. Und das Spannende bei einem Kollektiv ist eigentlich ein anderes. Das Spannende bei einem Kollektiv ist, dass du sagst, okay, komm, jeder zahlt 3 Euro mehr im Jahr. Oder 5 oder 15 ist völlig wurscht. Und dafür kriegt aber jeder die gute Leistung. Weil in einem Kollektiv bedeutet das, dass du für 5 Euro was kriegst, was du, wenn du es separat machst, für 50 Euro nicht kriegst. Ich mache mal ein Beispiel. Wenn jeder sagt, komm, ich zahle 2 Euro mehr in der Hausratversicherung, dafür sind Fahrräder unbegrenzt mitversichert, dann haben das alle. Wenn du ein teures Fahrrad hast und würdest sagen, ich will das versichern, das würden ja dann nur die machen, die ein teures Fahrrad haben. Und die zahlen dann 50 oder 100 Euro für die gleiche Leistung. Und das ist das Spannende an einem Kollektiv. Und na klar, alle Vertriebswege haben ihre Vorteile. Ein Makler hat natürlich auch seine Vorteile. Noch mal ein Beispiel, so unsere Schiffsreise wie im Moment, da ist es wahrscheinlich so, dass die nicht mal die DVAG selber versichert hat. Ich weiß gar nicht genau, aber das hat wahrscheinlich ein Spezialmakler gemacht. Dann ist es von Vorteil. Aber wenn mir einer erzählt, im zweiten Hinblick von wegen, ja, ich kann alles anbieten und sowas, erst mal nicht stimmt, aber das einmal dahingestellt, dann ist doch auch die Frage, wie will der sich denn auskennen. Und jetzt haben wir nur von Sach gesprochen. Also es gibt ja dann noch biometrische Risiken, Leben, also BU, Altersvorsorge, Ries der Rürup und so weiter. Und dann sagt er, ich mache noch Baufinanzierung, ich mache noch Investition, ich mache noch Bausparen und so ein Kram. Das kann nicht funktionieren. Das klingt zwar gut, aber das wäre eben, ich habe das Beispiel schon mal gebracht, wie so ein Arzt, der sagt, du, ich bin in allem Spezialist. Das kann nicht funktionieren. Und im Versicherungskollektiv ist genau das das Spannende. Jetzt wird es hier irgendwie lauter. Die ersten Kollegen scheinen so langsam das Tageslicht wieder zu erblicken, nach viel Feiern. Es ist in so einem Kollektiv eben spannend, dass du sagst, für ganz wenig mehr kriegst du in einem Versicherungskollektiv ganz viel mehr Leistung. Und das funktioniert aber nur bei den Unternehmen, die gebundene Vermittler haben. Große Unternehmen, wie die Generali, wie die Münchner, wie die Allianz, solche Unternehmen, da funktioniert das besonders gut. So, jetzt gehe ich zum Frühstücken. Ich wollte jetzt mal loswerden. Und dann gehe ich zum Frühstücken.